Ja Freunde Und herzlich willkommen zurück Episode 2 von The Walking Dead Der finalen Mh 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 Beim Unsere Essen But someone else had the same idea I didn't want to risk it So I let him take some of the food and leave I found Marlin and Brody in the basement that night Arguing about the man we'd seen And I learned why Brody was so afraid The man was part of a group of Raiders They'd run into a year ago Marlin traded Tennessee's older sisters to the Raiders To keep himself safe He attacked Brody And locked me in the basement with her When she turned I had to stop her Marlin stole AJ's gun And tried to convince them I had murdered Brody Hatte ich aber nicht Violet backed me up With everyone against him The fight went out of Marlin I told him he could stay But he couldn't be our leader Wollte ich sagen zumindest Marlin was dead And AJ pulled the trigger He remembered what I taught him Mh mh Immer zum Kopf Doch nur bei Toten Mensch AJ Das haben wir dann nur mit dem Kleinen angestellt war Beziehungsweise Was hatten die eigentlich für eine Erziehung genossen bei Der neuen Grenze Freue ich mich Komm schon Komm schon Ich will es wissen Zehn Flashback Auf jeden Fall scheint es der nächste Morgen zu sein Mh Den Kleinen werden sie eingesperrt haben War Doch nicht Was Gut Gut wenn du nicht geklaut hast Das ist ja in Ordnung Finde ich zumindest Ich bin froh Ich bin froh Wie an das zu sehen Wir haben keine Koffie in lange Zeit Ihr habt ihn in koffer Wir haben es in heißen Warten Wir haben es in heißen Wachstum Wir haben es in heißen Wachstum Mönster War Ich bin ein Verganter Marlin War 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 In dem Fall eigentlich ja. Ganz ehrlich, ich sag lieber die Wahrheit. Aber doch nicht im Kopfschuss. Ja, aber trotzdem. Er muss halt den Unterschied erst mal verstehen. Wir müssen die Schwestern zurückholen, ganz ehrlich. Mhm. Mhm. ganz ehrlich wie alt ist aber er ist doch nur was ist ich ach maximal wenn ich ein mörderer werde ich auch sterben? was? nein ich denke dass die mörderer sind wie monstern und ich weiß was passiert mit monstern nichts gut nichts gut nichts gut ich werde dir nicht etwas schlechtes passieren, nicht immer versuchte mir das nicht versuchte mir das nicht das fast so richtig ich will nicht sie Angst haben mich oder mich wir werden das fixieren, du und ich ich werde dir helfen dir zu verraten verraten? das bedeutet, dass du etwas falsch gemacht hast wir machen es mit den anderen wie? zurück, mitsch, zurück oder was? du kannst ihn auch mich töten? dann wer ist der nächste? ein Sim? Willi? haben wir genug Menschen sterben heute? Brody, Marlin, wir können uns nicht immer töten was hast du mir gesagt? was hätt ich ihnen jetzt sagen sollen? ganz ehrlich, entwaffnen wäre auch doof gewesen ja, leider du hast deinen Freund, Lee, nicht wahr? was? du sagst, er war in der Handkopf er war kein Gefahr also das bedeutet, dass du ihn ihn töten erklären ja ich habe ihn töten, weil ich ihn liebte ich wollte ihn nicht, dass ich ihn sterbe wie? er wäre tot ja, jetzt er würde sich verraten ich wollte das für ihn nicht ich liebe dich, Clem ich liebe dich, Clem ich liebe dich, Clem ich liebe dich ganz ehrlich, ich frag mich am Ende wer wird es von den Beeten schaffen? echt? echt? wir waren wir haben dann wir haben es wir haben 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 Wieso das jetzt gehen, ne? Können sie Sorgen machen? Leider ja. Können wir aber nicht links mitnehmen? Die Blumen und aufs Grab legen? Einpflanzen? Vielleicht kommen Wurzeln? Ah, hier noch was? Gut. Hm, at least these won't die. They look good together. Do you think his is better? No, I like them both. Genau. Ach, da sagt sie wieder nix, Natalia. Hm. Uuuuuh. Frag mich ja, was es eigentlich noch gebracht hätte, diesen kleinen Katzenschädel oder was auch immer das war. Dann ist der erste Episode. Zeit, um zu gehen. Soon. Soon. Bald, bald, bald. Wird ich meine Mütze bitte mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Na dann. Geht zur Beerdigung. Ready? Und es tut uns leid. Ich frag mich halt, ob wir wirklich beide hätten retten können. Alter, das Blut liegt da. Es hat doch geregnet. Ja toll, AJ entwickelt sich so, wie ich es beigebracht habe, aber nicht das Amten. Naja. Genau. Bereue deine Taten. Die Frage, kommen wir denn nach unten? Nein. Ja, AJ, ich bin gleich da. Kennen wir denn sonst noch was aufsagen? Ja, nein, nein, nein. Bei der Beerdigung müssen wir ja auch erscheinen. Weep, 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 weep. Umschauen lohnt sich. Ach, topf. Da wird ja nichts sein. Genau. Hier liegt nichts rum. Na dann. Oh, echt ey. Na dann, AJ, komm. Ich habe das gemacht. Ich weiß. Komm schon. Geht er jetzt noch da rum? Ja. Ah, Junge. Beim Anstarren alleine wird es auch nicht besser. Weil das in der Zwischenzeit dann jetzt hier dann keiner einzubrechen. Und wenn, wie hieß er, Abel oder Abel, äh, dann genau zu dem jetzigen Zeitpunkt dann hier auftaucht, mit seinen Banditenkumpels, dann sind wir eigentlich relativ am Arsch. Ich muss mal sagen. Tut mir leid, Rosie. Ja, wo sollen sie denn sonst sein? Ja, aber Marlon... Just leave them alone. Shit. Clem? What? Why do people have funerals? Tyn said they used to have them more. They died. But I don't get it. Well, to remember people we loved. They loved Marlon. Was he's am, oder? Yeah, they did. I made them all sad. Like if someone took you away. They couldn't come true. Does everyone get a funeral? People do. Some animals too. Even monsters. Watch my, ya. They're crying, ya. I don't really know if she found out that. I don't know if she found out that. She's a great guy, ya. Even monsters. Ten. You ready? Brody. You always said you wanted to go to the beach. So? I drew it for you. Oh. He doesn't have to do anything with her. I can't. Someone else do it. Bitch. Dude, don't. Seriously, Louis. He was your best friend. It wasn't perfect. But you deserve better than to get gunned down by that kid. AJ killed him like it was nothing. We all saw it. And no one stopped him. You're right, Mitch. Marlon didn't deserve what AJ did to him. I know what I did. I'm sorry. I know I'm a murderer. But I'm gonna... He's got a point. He's got a point. Shut up. It wasn't Marlon's fault. Then who's fault? What's your fault was it? Whoa. Everything that happened was Marlon's fault, not yours. Same. No, but I should have pushed harder. Or tried. I don't know. You couldn't have known he was lying to you. See what I mean? How can any of us trust these fucking people? What are you saying? I'm saying they gotta fucking go. Take a vote. Majority decides. They stay or they leave. Today. That does seem fair. Are you serious? It's bullshit. You're bullshit. I don't want to leave. But if you all decide we should, we'll go. Clem. You heard her, kid. A vote is the only way to settle this and we'll be arguing forever. Fine. I guess we're fucking voting. Lewis needs to vote. Could you go get him? And try to talk to him. Come on, Rizzi. Come here, girl. Näh, die wird nicht weggehen. Could you guys go wait in the dorm? I'll come get you. Jetzt aber gern noch. Please don't kick us out. Come on, let's go. Und so beginnt also die Episode 2 von The Walking Dead, die finale Staffel. Ja, wie es halt im Ende der ersten Episode so ausgegangen ist, naja, war für mich eigentlich überhaupt nicht abzusehen, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass wir da ein bisschen gut wegkommen, niemand weiter stirbt, aber das ist dann doch so, hm, ja, endet, hätte ich nicht damit gerechnet. Ich gehe aber fast trotzdem davon aus, dass wir jetzt irgendwie rausgeworfen werden, aber dass wir vielleicht trotzdem Tennessee und Annie, Annie hieß es, glaube ich, vielleicht retten könnten. Was wir aber dann mit dem alten Ebel oder Abel oder wie auch immer dann noch so anstellen müssten, das werden wir sehen, denn diese Staffel, äh, diese Episode, ähm, nennt sich, glaube ich, Lasset die Kinder zu mir kommen. Ja. Wie es aber da weitergeht, hm, mal schauen.